Hallo und herzlich willkommen. Wir testen heute einen weiteren Broker. Heute 99 Binary, ein Broker speziell für binäre Optionen. Wir starten auf der Seite von deutschefxbroker.de, den großen Vergleichsportal für Broker und Trading Plattformen. Hier finden wir unter anderem bereits vielfältige Informationen zu dem Anbieter 99 Binary und durch einen Klick auf diesen orangenen Button gelangen wir direkt auf die Anmeldeseite von 99 Binary. Als spezielles Angebot bietet uns 99 Binary bei der Anmeldung direkt an, fünf risikofreie Trades abzuwickeln, um so das Handeln zu lernen und die Plattform kennenzulernen. Hier geben wir in das Anmeldeformular unsere Daten ein, unseren Namen, E-Mail, das Land, unsere Postleitzahl und eine Telefonnummer. Anschließend klicken wir auf Konto eröffnen. Auf der folgenden Seite bietet uns 99 Binary direkt an, einen 10 Euro Sofortbonus zu halten, wenn wir unsere Handynummer bestätigen. Nun können wir uns zunächst einmal auf der Plattform umsehen. Hier finden wir die Übersicht über unser Depot im Reiter Depot. Dort finden wir unter anderem eine Übersicht über unsere bereits getätigten Trades und auch die Möglichkeit, auf unser Depot einzuzahlen. 99 Binary bietet uns verschiedene Möglichkeiten, auf unser Depot einzuzahlen, unter anderem per Kreditkarte, Banküberweisung, Cash-U oder auch Sofortüberweisung. Bevor man mit dem Handeln beginnt, gibt es bei 99 Binary unter anderem die Möglichkeit, auf dem Reiter Wie man tradet, Einführungsinformationen zu erhalten und außerdem eine ganze Reihe an Informationsunterlagen durchzulesen, wie zum Beispiel ein E-Book oder sich Videoanleitungen anzusehen. Um nun auf die webbasierte Handelsplattform zu gelangen, klicken wir auf den Reiter Trade. In der folgenden Übersicht finden wir die verschiedenen Handelsoptionen für die binären Optionen bei 99 Binary. Darunter ist unter anderem die Option Hyper-Option, Angebot, One-Touch oder auch Hochtief. Hochtief ist eine der beliebtesten Handelsformen bei den binären Optionen. Hierbei wird auf einen Basiswert gewettet, ob sich der Kurs nach oben hoch oder nach unten entwickelt. Hochtief. Daraufhin wird eine Wette platziert und je nachdem, wie sich der Basiswert entwickelt, wird die Wette gewonnen oder nicht. Als Basiswerte für Hochtief bietet 99 Binary unter anderem Forex, also verschiedene Währungspaare, Commodities, Rohstoffe, Indizes oder Aktien. Um einen Beispiel-Trade auszuführen, klicken wir auf das Währungspaar Euro-US-Dollar und können hier auf Hoch oder Tief wetten. Wir setzen auf Hoch, können hier unseren Investitionsbetrag eingeben, beispielsweise 100 Euro. Wir sehen auch sofort unsere Gewinnchance, diese liegt in diesem Fall bei 180 Euro. Mit einem Klick auf Anwenden führen wir unseren Trade aus. Falls Sie einigermaßen erfolgreich getradet haben, könnten Sie unter dem Reiter Bank Ihr Konto einsehen und unter anderem eine Kontoabhebung veranlassen. Dazu können Sie hier ganz einfach eine Abhebung per Kreditkarte, Banküberweisung oder sogar mit weiteren Zahlungsmöglichkeiten durchführen. Wir hoffen, Sie haben einen guten Einblick in die Möglichkeiten bei 99 Binary bekommen. Wenn Sie direkt ein Depot öffnen möchten, dann klicken Sie einfach auf den folgenden Link. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Traden. Vielen Dank.